Hallo alle zusammen, heute soll es in diesem Video um die neue Cloud-Funktion von Insta360 gehen. Das heißt, alle, die eine Insta360-Kamera haben, die werden jetzt sehr gespannt wahrscheinlich auf dieses Video schauen und auf die Möglichkeit und mit Sicherheit auch darüber nachdenken, vielleicht die Cloud-Version für sich zu buchen, denn die beinhaltet eine ganze Menge Vorteile und fünf von diesen Vorteilen möchte ich jetzt für dich hier kurz besprechen. Punkt Nummer eins ist die Automatisierung des Backups. Das heißt, du kannst jederzeit ein Auto-Backup von deinen Inhalten erstellen lassen. Das ist für meine Begriffe auch mit die wichtigste Funktion überhaupt von dieser Cloud. Und du kannst das Ganze ohne Zwischenschaltung seines Telefons machen. Das heißt, du musst nicht dein Telefon damit verbinden, sondern die Kamera kann eigenständig die Inhalte in die Cloud hochladen. Und bis zu zwei Terabyte Speicherplatz bietet eine ganze Menge Platz für viele Videos, für viele Fotos. Das heißt, wenn du dich für die Cloud entscheidest und nimmst vielleicht die zwei Terabyte Variante, die größte Variante, dann gehst du sicher, dass du eine sehr lange Zeit ohne zusätzliche Speicherkarten auskommst, weil du müsstest die quasi nachkaufen, wenn sie voll ist. Und so kannst du sagen, hey, ich lade die Inhalte hoch und spare mir sozusagen das Geld für verschiedene Speicherkarten. Und das Ganze ist natürlich sehr sicher und privat verschlüsselt gespeichert, sodass Insta360 dafür sorgt, dass deine Dateien auf jeden Fall sicher gespeichert werden. Punkt Nummer zwei, einfaches Teilen. Du hast die Möglichkeit, aus der Cloud heraus deine Inhalte zu teilen an Freunde, Bekannte, Familie, wen auch immer. Und diese Personen müssen dafür nicht zwingend die Insta360 App herunterladen und installieren, sondern können über den Link direkt die Inhalte genießen. Das hat außerdem den Vorteil, dass du die Inhalte nicht hochladen musst zu einem Upload-Dienst, wo die Links teilweise nur ein paar Tage verfügbar sind, sondern du kannst deine Inhalte dauerhaft in der Cloud speichern und dauerhaft mit diesem Link teilen. Also für alle, die Inhalte sehr gerne in der Familie streuen, von dem Urlaub beispielsweise, für die ist es, denke ich, ideal, darüber dann die Dateien zu teilen und abrufbar zu machen. Punkt Nummer drei ist die 360-Grad-Online-Wiedergabe. Du kannst also online ohne App, also ohne Insta360 App, deine Inhalte bereits in der Vorschau genießen, also eine sehr hochauflösende Vorschau ansehen und gleich beurteilen, ob das Ganze gut aufgenommen wurde oder ob du das nochmal einfangen musst. Also auch da ist die Möglichkeit, online bereits ohne App das Ganze anschauen zu können. Punkt Nummer vier ist die Cloud-Bearbeitung. Du kannst die Cloud also ohne Kabel, ohne Verbindung extra über das Telefon direkt online bearbeiten. Das heißt also, wenn du jetzt einen Rechner hast, kannst du dich in die Cloud einloggen und gehst direkt in deine Dateien rein und kannst sie dort dann auch vor Ort bearbeiten. Und Punkt Nummer fünf ist die super starke Komprimierung. Du hast also die Möglichkeit, deine Datei nochmal um 50% komprimieren zu lassen. Wenn du das Gefühl hast, die Datei ist einfach riesig oder dein Speicherplatz in der Cloud neigt sich dem Ende, dann kannst du hier auch dafür sorgen, dass du die Cloud deutlich länger nutzen kannst und dass deine Dateien etwas kleiner gerechnet werden, als die vielleicht sind. Ich denke gerade an längere 360-Grad-Videos. Die sind dann zum Teil schon recht groß und da kannst du das Ganze komprimieren lassen und gehst sicher, dass deine Dateien kleiner sind und du die Cloud deutlich länger, wie gesagt, benutzen kannst. Also, ich hoffe, das war interessant. Der Kopplungsweg zu dem Ganzen ist total easy. Du musst deine Kamera lediglich mit der App verbinden, einmal mit deinem Telefon. Du richtest das Ganze ein, bestätigst es und kannst dann direkt schon deine Inhalte hochladen und deine Cloud-Sicherheit genießen. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest etwas Nützliches aus diesem Video ziehen und ich würde mich freuen, wenn du dich für die Insta360-App und die Cloud-Version entscheidest. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.